So, Mad Bombas, ach du Scheiße. Ich versuch da eher erstmal... Crash, Coco, denkt daran, dass wir es nicht nur mit Dr. Cortex zu tun haben. Nehmt euch vor Uka-Uka in Acht. Er ist ein viel gefährlicherer Gegner, als man sich vorstellen kann. Joa, scheiß auf Uka-Uka. Ja, wir haben dich, Aku-Aku. Ach, stimmt ja. Den werde ich wahrscheinlich nicht haben. Schieß die Bombe ab. Ah. Wie war das nochmal mit... Ah. Ah. All notch. Ah. Oh. Untertitelung. BR 2018 Na komm, stütz ab. Noch zwei Kisten und zwei Bomber. Wo ist die letzte Kiste? Ah, da. Komm schon. So, beide Sachen bekommen. Sorry, Kohlensäure, da muss man nur kurz ausstoßen. Das ist total unangenehm. Ich hatte gerade so viel Luft. Egal. Hoffentlich hat das nicht gestört gerade. Na dann mal, dann sind wir ja jetzt schon... Buckle... Ne, Buckleight. Das sind wir hier auch schon fertig. Dann haben wir Crash Bandicoot 1, 2 und 3. Fertig. Ich glaube, drei wird da der wenigsten Part sein. Aufgrund... Reasons. Weil es einfach der leichteste ist. Ich werde aber auch noch Bonus-Sachen machen. Wo ist der Lip noch? Ich dachte, den hätte ich gerade weggesnackt. Okay, das ist jetzt... Okay, das ist jetzt... So. Oh nein. In jedem Teil gibt es sowas, ey. Mal auf! Ich muss mich weilen, der ist nicht mehr lange da. Ich muss mich weilen, der ist nicht mehr lange da. Yaaaaay! Oh Gott! Wooh! So. Aber ich finde, das passt auch zum Ambiente hier. Das ist so dieses ägyptische. Weil ich freu mich schon auf Assassin's Creed Origins. So. 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 ob ich auch nichts übersehen habe. Nee, es sind alle da. Gut. Wow. Ähm. Ach, scheiße. Puh. Du miesest. Nein, nein, nein. Dann bleib doch hier. Wow. Alle Kisten erwischt. Also hier habe ich auch wirklich sehr viele Diamanten. So. Jetzt kommt der Bosskampf gegen Cortex. Alter, ich habe nur neun Minuten gebraucht, ernsthaft, für alles. Jeden Edelstein umdrehen. Okay. Und Tobel, völlig außer mir. Schon wieder hast du meine besten Handlanger ausgetrickst und überwunden. Ich sollte mich darüber ärgern. Und wir sind tatsächlich traurig. Aber du hast offenbar ein Detail übersehen. Du kleiner, oranger, bunten Junge. Da du alle Kristalle gesammelt hast, müssen wir sie dir nur wegnehmen. Das stimmt. Aber die Frage, schaffen die das? Da nützt nur, dass ich die Credits am Ende auch wieder wegmachen. Aber... Okay. Ach, macht er den Scheiß wieder. Oh. Oh. Okay, merken. Ich habe auch keine Maske, weil die sich ja bekämpfen in der Mitte. Ach, Cortex. Okay. Das war's. Haha Oh, jetzt muss ich aufpassen Oh Wo schmeißt du die hin? Ach, der schmeißt den ja hier bei mir! Scheiße! Das finde ich noch am schlimmsten eigentlich Wenn die sich keppeln, dann will ich nichts dagegen Aber dieser Strahl, da muss ich mal drüber hüpfen Und das nervt Was aber am zweiten Mal schmeißt den ja hier nicht Äh, zu weit Gott Zack Cortex Der zweite Bosskampf gegen den war richtig einfach Aber dieser Boss Ist wirklich hingegen ein bisschen kniffliger Äh, wir gehen erst runter Äh, wuf, 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 wuf Rainer mit dir So, jetzt der letzte Jetzt nichts falsch machen Das macht ihr beide Woah Scheiße Yeah Eingesperrter Cortex Lauf schneller, indem du R2 Gedrückt hältst Ich wollte schon da mit rein Aber okay Mit einem schönen, großen Drink Und einer Frau mit schönen, großen Eisbeuteln Es ist nicht vorbei, Beutel Dax Es gibt immer noch die Edelsteine Wir haben noch eine Chance zu siegen Uah!